willkommen zu notruf abonniert und keine weiteren folgen von notruf zu verpassen ich werde mich auch immer like freuen machen wir weiter letzten folge hat mir schon zwei einsetzen einer folge welche einsätze heute kommen haben wir die zeit überspringen aber nicht wie dasselbe Achtung Hilfeleistung einsatz 4 1 Oberthalstraße gucken der Punkt einsatz wird umziehen wo ist ja man die nicht hieß ja da ist er schon können wir losfahren wo geht's hin ein paar einsätze wissen wir schon Leitstelle Mülheim von 1KGF1 kommen hier Leitstelle Mülheim kommen wo muss man hin Frage nach weiteren Informationen zum Einsatz kommen aber wir wollen heute noch wir machen wir noch zwei einsätze das sind die neuer der Funkspruch was kommt können weiteres ab geht aufpassen das müsste irgendwo hinten sein ich fahr lieber mal ich fahr lieber mal da lass mal lang noch Züge ist denn neu dazugekommen kann es mal ein bisschen schneller werden wir wollen heute zwei einsätze machen hier muss es sein hier hier einmal absitzen einmal absitzen so da muss man es aufmachen rissen in der baum kurz an da oben ist einfach runtergefallen da steht schon alles hin da stellt schon alles hin so was brauchen wir denn noch dann fern mit zum Baum was sind noch mal Nies Falsch Falschausrüstung absperren müssen wir nicht was soll ich denn hier machen ich abstellen was soll er machen hoffentlich geht der Einsatz als scheinere Ausrüstung anziehen im Raum bestimmt wieder der ganzen Wesen irgendwo ein Jahr dahin ich muss ein bisschen packen der Einsatz ist neu aber die Katze hat mir nicht vom Baum holen der fehlt noch auch schon da wird sich ein Besen irgendwas ist hier mit der Treppe so muss man auch weg machen oder nicht da muss man weg machen und wenn wir mit diesem Einsatz schon fertig was ist so sind wir jetzt fertig wir können jetzt zusammenpacken kommt es noch weg so wollen wir weg das muss auch noch weg nie was sind da die kon das ist weg das ist fertig jetzt die türen zu machen schließen abrücken einsteigen und das mobile schließen mit einsatz fertig es wäre noch zu wache ein ein doch ich hätte schon die Zeit überspringen denke ich nicht geht nicht hier war der fitness raum hier geht es nicht weiter hier hier jetzt raus das tönt müsste der wechsellader sein weit wird es eigentlich grün wir sind zu weit weg noch ein Stückchen jetzt einfach gerade aus noch die einzige ampel noch mal grün kann auch ein Stückchen ist eigentlich ampel hier ist kaputt so wie viel 500 meter das ist ein ampel trotzdem stehen bleiben die 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 gehen gar nicht heute die ampel ist aussieht aussieht abbiegen abbiegen so zum einsatzleiter können wir jetzt einsatz machen ja wohnungsbrand haben wir immer ein achten schutz heimlauchmelder ausgelöst einsatz für e lf 24 tlf 1 dlk 1 rtb 1 ulmenallee auf wird bestimmt wieder selber einsatz sein vielleicht geht denn wieder nicht alle in einsatz ich weiß schon wo es hin geht ich weiß schon wo es hin geht ach das ist derselbe den hatten wir schon so oft ach das ist derselbe den hatten wir schon so oft aktiven heimlauchmelder und brandgerungen wir werden eingewiesen kommen verstanden ende kommen auch die anderen ja das müsste denn da hinten sein das wird man schon sehen da hinten sieht man schon qualmen da muss man schnell sein jetzt sieht man ihn dann machen wir schnell in griff und so jetzt eine ortsbegehung muss schnell sein hier die leistete hühner kommen na er die ja wo bist du nee absitzen natürlich alle absitzen so ja kann man nichts machen brennt das haus ab einsatz kann ich nicht planen wir können schon löschen so einmal das eingang das ausgang also hier sind jetzt die einmal ab da gleich alle denn absetzen drehleiter parkst einmal um da gibt es schon ein paar probleme der drehleiter 1124 macht dann gleich auch ein verteiler ist das schon durch angriff so wir können jetzt jetzt aber du auch dann machst du einfach schnell einen griff und noch das eingang dann kannst du auch schon mal löschen drehleiter von hier wenn es geht absetzen so dann sperren wir einmal hier komplett ab was absperren gut gespielt auch mal ab die fahrspur drehleiter kopf knap gespielt schnitt wir schon immer schnell Mit dem Drehleiter funktioniert es noch nicht Er sieht Er sieht Er es löschen kann Der Drehleiter kann man hochfahren mit dem Feuerwehrmann Aber der löscht den auch nicht davon Das fehlt noch So Hier brennt noch Tür Aha Den auch schon Ja Der brennt nix mehr hier Die Feuerwehr löscht auch nicht richtig Ja Hier noch So Dann noch hier Oben noch Auch Männer haben diesmal abgeschaltet oder sind komplett entfernt worden Hier noch Ja Geht es gar nicht Da hinten noch Da hinten noch Da hinten noch Gut Könnt noch Noch Ich löscht den Monitor der funktioniert nicht Der L24 Vorher ist noch nicht gelöscht Gut Wo brennt es denn noch Na gut Irgendwo Das wird noch eine Stunde dauern Der Einsatz war immer noch Mit Fehlern voll Da können wir ihn nie richtig durchspielen Darum Das ist diese Folge Bis zu den nächsten Folgen von Notruf Der